Los geht's mit dem Kracher der Woche, präsentiert von Hanuta Riegel. Wird runtergeburstet von Milkshake, jetzt ist es so ein bisschen 3 gegen 2, aber die Shockwave ist riesig, trifft hier drei Spieler und jetzt kann Milkshake hinterherfahren und ausrasten hier. Triple Kill, ich denke das war ein Quadra Kill am Ende, genau und jetzt ist auch noch tatsächlich der fünfte Reintipid. Gibt das einen Pentakill hier für Milkshake? Die können ihn vielleicht noch beschützen, hier Vatex zusammen und Baby Milkshake klaut seinem großen Bruder hier den Pentakill, ich pack's nicht. Der Kracher der Woche wurde dir präsentiert von Hanuta Riegel. Taste the Matter.